So, einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen. Es geht nochmal um Verschlüsselung heute mit Open Keychain und zwar für Android. Android-Verschlüsselung sozusagen. Und ja, das ist ein bisschen weird, was ihr hier jetzt gerade seht. Links ist das emulierte Smartphone. Das Ganze haben wir hier über ein Android Virtual Device gemacht und da kann man das Ganze dann noch installieren und so weiter testen. Okay, also was ist passiert? Naja, wir wollen Open Keychain benutzen. Das basiert tatsächlich auf GNU.PG und ist ein Open Source Projekt. Das heißt, ihr könnt euch den Source Code komplett angucken, wenn ihr das wollt. Und ja, es ist tatsächlich die sozusagen Basis für relativ viel, was für Verschlüsselung eigentlich ganz gut ist. Natürlich könnt ihr einfach verschlüsselte Messenger benutzen. Also wenn ihr sowas wie Signal, Wire, Element oder sowas benutzt, dann habt ihr hiermit kein Problem. Aber manchmal muss man eben E-Mails schreiben und manchmal hat man Angst, dass die Nachrichten unverschlüsselt ankommen, auch wenn man eigentlich verschlüsselt. Stichwort wäre die Abstimmung, die im Dezember stattfinden soll, im Jahre 2021, dass eben jeder Messenger entschlüsseln muss. Und das ist ein bisschen unangenehm. Deswegen gibt es hier auch relativ viele Integrationen mit K9 Mail zum Beispiel. Das ist auch Open Source, ein E-Mail-Programm für Android zum Beispiel. Aber auch eine Integration in Conversations und Password Store und so weiter und so fort sind damit möglich. So, ihr findet Open Keychain ganz klassisch im Google Play Store bzw. unter F-Droid. Wenn ich hier jetzt allerdings den Google Play Store versuche zu öffnen, funktioniert das nicht, weil es halt nur ein virtuelles Gerät ist und ich mich nicht anmelden möchte. Deswegen habe ich das auf eine andere Art und Weise installiert. Aber ja, installiert es einfach ganz normal. Also Open Keychain von ganz normal über Play Store installiert. Da sieht alles gleich aus wie jetzt auch. So, und wenn ihr dann auf die Startseite geht, also hier quasi einfach oben drauf auf Keys, dann seht ihr, okay, wir haben noch keine Schlüssel hierbei. Jetzt können wir hier natürlich auch Schlüssel erstellen. Wir können scannen, wir können Keys erstellen oder wir können sie importieren oder wir können einfach welche erstellen. Das könnte auch sein, dass ihr das als erstes seht, je nachdem, welche Version ihr habt. Und unter Create My Key können wir einfach neue Schlüssel erstellen. Wir können aber auch Security Tokens benutzen. Was ziemlich Geiles, das wären sowas wie eben YubiKeys oder Fidesmo oder Sigilance oder so weiter. Und ihr könnt natürlich auch eure Keys, die ihr mit Cleopatra erstellt habt, aus einer Datei importieren, wenn ihr das wollt. Das funktioniert auch. So, wir wollen hier allerdings einen neuen Schlüssel einfach erstellen. Das heißt, wir gehen auf Create My Key. In meinem Fall sagen wir einfach mal John Doe dazu. John Doe darf jetzt hier auch mal einen Schlüssel haben, nicht immer nur der Cedric. Und E-Mail-Adresse gebe ich jetzt hier mal einfach keine ein. Muss man auch, ah, okay, ist in dem Fall required. Eigentlich muss man das bei PGP-Schlüssel nicht. Machen wir einfach mal test, ups, test, addtest.de. So, und dann gebe ich auf Next. Und ja, sehen jetzt hier, okay, wir haben offensichtlich einen Schlüssel erstellt mit einer Identität und können diesen Schlüssel jetzt erstellen. So, das dauert ein bisschen, also nicht wundern. So, und wenn ihr das gemacht habt, habt ihr einen Schlüssel zur Verfügung, mit dem ihr sowohl unterschreiben als auch eben entschlüsseln könnt, wenn jemand für euch verschlüsselt. Das bedeutet, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich jemand anderes, der mit uns kommunizieren möchte und zwar verschlüsselt kommunizieren möchte. Wie gesagt, es integriert sich toll in Sachen wie K9, aber es ist halt in vielen Fällen so, dass ihr das von Hand machen müsst. Und das heißt, ihr geht in diese App rein und sagt, hey, yo, ich möchte gerne für eine Person verschlüsseln. Dazu braucht ihr ihren Public Key. Den schickt sie euch zum Beispiel irgendwie zu, über E-Mail oder ihr telefoniert und es heißt, yo, hier, guck mal, der Key kommt gleich zu dir. Und dann geht ihr hier unten auf das Plus und sagt, okay, ich möchte gerne die Datei von einer Datei oder die Datei einlesen. Ihr könnt auch über einen Search das Ganze suchen. Ihr könnt auch welche scannen per QR-Code. Funktioniert beides nicht ganz so toll. Ich mache es meistens, dass ich wirklich was importiere und hier sehen wir, ich habe mal einen testpublickey.asc importiert. Wir sehen hier, der hat einfach nur Cedric-Kontakt und ja, den importieren wir jetzt. So, und an den kann ich jetzt Sachen schicken. Das heißt, hier oben, MyKeys, da wo MyKeys steht, da habe ich wirklich nur meine Schlüssel drin stehen. Also mit denen kann ich sowohl verschlüsseln, als auch entschlüsseln, als auch signieren, als auch die Unterschrift überprüfen. Ich muss natürlich jetzt meinem Gegenüber noch meinen Public Key schicken. Das kann ich hier rüber machen. Am besten wahrscheinlich mit dem Teilen-Button. Ihr könnt es dann an die jeweilige App schicken, zum Beispiel an Gmail kann man schicken oder an Drive. Und dann wird einfach die .asc-Datei übertragen. Oder wenn ihr hier auf diesen, den QR-Code könnt ihr natürlich auch machen. Oder wenn ihr hier auf diesen Kopieren-Button geht, dann wird das ganze Ding in euren Zwischenspeicher reinkopiert. So, wir gehen nochmal zurück. Wir wollen natürlich nicht für uns selber was verschlüsseln. Das wäre Quatsch. Sondern für Cedric wollen wir was verschlüsseln, als John Doe. Das heißt, wir sind jetzt John Doe und wollen für Cedric was verschlüsseln. Okay. Gehen wir hier drauf. Und ja, hier sehen wir jetzt, okay, das ist offensichtlich unconfirmed. Wir müssen QR-Code scannen. Haben wir nicht. Aber wir wissen, dass dieser Schlüssel echt ist. Ich habe ihn ja gerade mir selber erstellt. Also quasi für mich, ja. Deswegen, das ist schon okay soweit. Und jetzt kann ich hierher gehen und sagen, okay, ich möchte gerne eine Datei verschlüsseln für Cedric. Ich möchte unterschreiben mit John Doe und jetzt kann ich hier Dateien auswählen. Zum Beispiel die APK-Datei, die ich jetzt vorhin runtergeladen habe hier. So, die kann ich jetzt verschlüsseln und ja, das geht wunderbar. Ich kann sie zum Beispiel speichern als Datei. Dann sehen wir hier, ich kann sie als one.pgp speichern oder ich kann es direkt teilen als. Das heißt, es wird verschlüsselt und dann könnt ihr es über diesen Teilen-Button einfach an die anderen Leute schicken. Zum Beispiel per E-Mail, zum Beispiel per Messenger, WhatsApp, Telegram. All diese Sachen, all eure Teilen-Buttons sind hier für die verschlüsselte Nachricht jetzt verfügbar. Und entschlüsseln kann am Ende wirklich nur derjenige, dem dieser Kontakt hier oder dieser Public Key hier gehört. So, Dateien sind natürlich nicht unbedingt immer das, was wir haben wollen. Deswegen normalerweise wollen wir Text verschlüsseln. Und deswegen gehen wir hier auf diesen verschlüsselten Text-Button. haben wir verschlüsseln auch wieder für Cedric. Wir signen, also unterschreiben mit John Doe und können hier tippen einfach, Hallo Cedric, wie geht's dir heute? Das ist seltsam von mir in der dritten Person zu reden, aber wir sind ja gerade eigentlich John Doe. Okay, und was wir jetzt machen ist natürlich wieder mal, wir können das entweder kopieren, dann würde dieser Text hier kopiert werden. Ich kann euch kurz zeigen, wie das aussieht. So, das ist eine PGP-Message, ja, die sieht so aus und fängt halt hier mit Begin PGP-Message an. Und ihr könnt das dann, wenn ihr das empfangt, auch wieder in euer Gerät reinkopieren. Das zeige ich euch gleich noch und könnt dann damit weiterarbeiten. Brauchen wir jetzt hier aber uns nicht speichern. Also, wir können das einfach hier kopieren oder wir können es auch wieder über den Teilen-Button direkt an eine passende App, zum Beispiel Messages, können wir das auch direkt machen. So, cool. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt für Cedric verschlüsseln, aber wie verschlüsselt Cedric für euch? Nun, ganz einfach, nehmen wir an, dass Cedric jetzt euren Public Key hat. Dazu müsst ihr natürlich hier diesen Public Key irgendwie kopieren und Cedric, also ich, füge den jetzt zum Beispiel in meinen Cleopatra ein. So, wie gesagt, das könnt ihr einfach über diese Datei machen. Wenn man es im Zwischenspeicher hat, kann man es sich einfach in eine .asc-Datei reinspeichern, hatten wir ja schon gesehen. Und dann könnt ihr hier einfach auf Importieren gehen und könnt die Datei auswählen und dann habt ihr hier am Ende diesen John Doe drin. Okay, was wir jetzt mit John Doe machen wollen ist, wir wollen selbstverständlich hier was für ihn verschlüsseln bzw. signieren. Und in dem Fall sind das eigentlich hauptsächlich Dateien. Das heißt, wir gehen hier auf signieren, verschlüsseln und wir wollen etwas für John Doe verschlüsseln. Wir haben hier schon eine Message from Johnny. Wieso erstellen wir nicht eine neue Message? Message an Johnny. So, und die Message an Johnny, die muss ich noch ganz kurz editieren. Hier schreiben wir einfach rein, hi John. Okay, mehr nicht. So, jetzt nehmen wir natürlich unsere Message, das ist das, was quasi jetzt jemand anders macht. Wir öffnen die und damit wird sie hier verschlüsselt, zum Beispiel mit der Kontakt-E-Mail-Adresse. Das ist sogar die falsche, ist egal. Wir können jetzt hier nämlich den John Doe eingeben und für den wird das dann quasi verschlüsselt und es wird auch noch signiert. Die Signatur ist ja dann eigentlich relativ egal. Wie gesagt, man kann sie überprüfen, man muss sie nicht überprüfen. Es geht hier in dem Fall jetzt gerade um die Verschlüsselung. Am Ende kann niemand außer John Doe das Ganze entschlüsseln und eben mich, weil ich es für mich mit verschlüsselte. Aber das kann man auch rausmachen. So, und ja, jetzt gehe ich hier einfach auf signieren, verschlüsseln und dann wird das Ganze gespeichert und wir haben unsere Nachricht fertig. So, und jetzt müssen wir irgendwie diese Datei, ähm, Sekunde, ähm, diese Datei Message an Johnny müssen wir jetzt an, an unser Gerät senden. Ja gut, das machen wir einfach mal. So, da haben wir sie, die Message an Johnny. Wir öffnen sie und wir sehen hier Encrypted und da steht drin Hi John, das war das, was wir geschrieben haben, aber signed by Unknown Public Key. Weil ich natürlich jetzt mit einem anderen Schlüssel unterschrieben habe, wie dem, den wir davor verwendet haben und hier importiert haben. Das heißt, so könnt ihr quasi hin und her gehen und Sachen entschlüsseln und, ja, wieder, ähm, verschlüsseln. Das heißt, einfach hier mit Open Keychain, im Endeffekt ist das Ding relativ selbsterklärend. Ja, ihr könnt hier, ähm, mit euren Keys dann auch Sachen verschlüsseln, Sachen entschlüsseln, teilen, ähm, in Zwischenspeicher legen und, ähm, ja, dann eben einfach, wenn ihr Dateien bekommt oder wenn ihr irgendwas bekommt, könnt ihr das relativ direkt machen. Ähm, wenn ihr hier unter Encrypt-Decrypt geht, dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, direkt Sachen zu encrypten oder auch, ähm, Read-From-Clipboard zu machen. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich hergehen und, äh, das, was in eurem Zwischenspeicher in Android drin ist, das könnt ihr dann hier direkt reinpasten, falls ihr es zum Beispiel in einem Messenger bekommt. Falls ihr es als Datei bekommt, könnt ihr hier oben die Datei öffnen, das haben wir ja gerade gemacht, weil, wie gesagt, ich habe hier nur ein Android-Gerät gerade und dann sieht das Ganze so aus. Also, es ist nicht ganz so komfortabel, wie gesagt, es ist halt das eigentliche Verschlüsselungsprogramm ohne coole Integration, ähm, aber wie gesagt, Messenger sind momentan zumindest noch verschlüsselt, das, das bleibt hoffentlich so. Aber falls das nicht mehr so sein sollte, wisst ihr, wie ihr dann damit umgehen könnt. Ähm, der zweite Punkt wäre, wenn ihr, ähm, zum Beispiel jetzt K9 habt, also unter, unter Apps findet ihr relativ viel, ähm, da habt ihr Password-Store, K9 und Conversations, da könnt ihr dann, also das ist quasi, das ist ein Instant-Messenger, ähm, und das ist ein Mail-Programm. K9-Mail kann man, kann man für Android benutzen, um damit eben Mails hin und her zu schieben und dann eben auch mit diesem, ähm, mit diesem Open-Keychain zu verschlüsseln. Also, wenn ihr da drauf, wenn ihr das irgendwie machen wollt mit Mails und so weiter, dann kann ich euch das empfehlen. Okay, ähm, ja, das, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist, glaube ich, ein geiles Upgrade, wenn man mal wirklich was verschlüsselt, verschicken möchte, verschicken muss, ähm, und sicher gehen möchte, dass da nichts dazwischen ist. Und, ja, das war's, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Wünsche habt, immer her damit und wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!